1.8 A bis E, Orgosit 462 nach Stuttgart-Zürich über Sankt Pölten Hauptbahnhof und links Hauptbahnhof wird 1.0. Die erste Klasse ist in Sektor A. Dieser Zug wird in Salzburg Hauptbahnhof geteilt. Der vordere Zugteil endet in Salzburg Hauptbahnhof, der mittlere Zugteil fährt nach Stuttgart Hauptbahnhof, der hintere nach Zürich Hauptbahnhof. Stuttgart-Zürich über Sankt Pölten Hauptbahnhof und links Hauptbahnhof ist in Sektor A bis E, Orgosit 462 nach Stuttgart. Stuttgart-Zürich Stuttgart-Zürich